Juck dich nicht, du kriegst ja von den Milliarden, kriegst ja schon mehr als 5.000 Euro Zinsen am Tag. Komm, will er nicht so sein, fahr einfach weg. Habt ihr ja noch nie gemacht. Nein. Mensch Rico, jetzt fahr ja nicht auf mich drauf. Wie ich's gesehen hab. Flatsch. Ja, doch. Alter, Männer. Mann, du hast so schön... Oh, das war pure skill, Mann. Obst, jetzt bin ich der Fahrer. Warte mal kurz gucken. C, drück C. Nee, das ist C? Ja, drück C. Das steht irgendwas, mit tauschen zu deinem Kamerad, wenn du C drückst. Falsch, du rückst. Drück C, Alter, drück C. Kann sich fahren. Äh, ich mach den Boost auch weg und dann drück ich C. Ja, voll gut. Okay. Mit dir überleben wir das nicht. Hat sie mir mir auch gerade gesagt, ey. Wir tauschen mit dir. Jetzt fährt der den ganzen Weg wieder zurück. Wo musst du denn hin? Guck auf die mehr. Der Typ, der hinten auf dem Scheiß-MG hockt. Der könnte man auf die mehr flogen. Alter, ich sag an dem Ding. Hm, ich weiß ja, wo ich hin muss. Ich hab schon eins eingesammelt, wo ich das zweite. Aber... Wie gesagt, das Grüne da. Ja, das ist das, sagt auch, wo ihr hin müsst, im Übrigen, ja. Will er der Stress? Will er der Stress, hä? Nein, nein, nein. Wieso? Aufschuld, Schmidt. Ja, man macht das. Jetzt soll wieder einen vor's Auto stellen und durch die Gegend fahren. Jetzt hört doch auf und soll mit den Scheiß sein. Ja, ich will das ja machen, der lässt mich ja nicht vorher. Jetzt ist noch meine Schuld. Es ist auch, du musst mich reingeknallt, ich bin unschuldig. Ja, so lange, so lange ihr beide schuld seid und ich nicht. Was das andere unos ist? Achrscht der Welt. Ach, ja! Bei diesem Typ, hier, wo wir eben waren, bauen, der muss mir zumal hin. Ach... Oh, stimmt, warum? Da gab's halt ein Auto,-Einfahrung. Pass auch nicht durch. Ich find's noch so dumm, der David! Das war dein Nitro ... Muss an' den einen zumal bauen, oder? Nein, nein. Das verstehe ich das Auto eh nicht kaputt Ähm Leute Ja Ey ernsthaft Ich hab das Auto angefangen an statt den Typen Okay, ich sag den Platz Was ist da? Alter das Auto hör auf, hör auf wenn ja keiner drinnen kriegt das wirklich schaden und dann platzt das Auto und dann platzt unser Auto Kann das meiner von euch aufmachen? Bei mir geht der Dominik nicht Das ist nicht da drin, das muss in dem Haus da drin sein Das sind Epics drin und ich will die haben Regeneriert sich das Auto mit der Zeit? Ja Steht eh benutzt aber ich kann das nicht benutzen Das ist geht nicht auf Pisst mich jetzt an Hast du das auf? Das ist nicht gut Das geht nur mit der Quest denk ich mal Für ne Quest? Ja mit der Quest wo wir grad eben hier hin mussten Okay jetzt brauchen wir noch die anderen Tag eins auf Pandora Meine Vorgesetzten haben die Vorgesetzten Tag eins auf Pandora Meine Vorgesetzten Lalalalalala Klatsch Ich bin ne aufgeblasene Kann ich fahren Sack Ja Meinte ich doch Natürlich Oh War das geplant so? Ne nicht wirklich Peng Kannst du jetzt ja sagen? Die geben 71 EP wenn man sie überfährt oder überfahren sie Ne der gab 8 Wir geben die 9 Der gab 12 Ne einer hat grad 71 gegeben Krass Ah Wir sind uns irgendwie selbst der größere Feind Vor allem Versuch's grad echt nicht zu machen weißt du Und irgendwie Ich hab das Gefühl dass es sterben weil ich jetzt so hoch muss Steig ich jetzt mal als Fahrer ein hier Mach ramba zamba Oh mein Gott du als Fahrer Du am Steuer das ist Du am Steuer das ist Du am Steuer Na das kann ich mal ein bisschen üben hier so So warte mal Ja so aber Szenario So ich steh hier Ich bin hier Boah Alter Ja Hier oben liegen noch zwei wenn einer eins will Epic Ähm Junge Mach doch ab Ich lass dich da nicht hoch Wenn da zwei liegen dann liegen da Nein 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 Ja nein Wieso bin ich hier runter gefallen Nein Da liegen immer noch zwei Ich beeil'n Sacke Das kann man nicht hoch ey Ganz ruhig Ganz ruhig Da Ich hab's Schatz Wie die Geier sich anstrengen Das sind normale keine Epics gell Ja aber trotzdem bessert man Viel besser sogar als meins Ey der hat aber nicht irgendeine Ladegeschwindigkeit wie meins Ja egal Ist nur so ein bisschen besser Hier gib mir mal das Epic Schild Alles meins Ja genau Klau dem Tank das beste Schild Auf mein Auto kommt es zu machen Ja eben Der Jäger braucht das Schild Der Jäger braucht das Schild Das ist nur wenn da wirklich keiner drunter sitzt Und vorüber fahr ich dich Ich hab das jetzt erfahren Ich kann jetzt Epic Schild aber wirklich geben Ich hab eben eines gefunden das ist wirklich besser Es hat nur eins weniger Aufladegeschwindigkeit Aber das ist aber trotzdem besser Alles meins Gibt's nicht Regeln Ich bin ja nicht so Ja dem gib ich ja sowieso ne Der verdient keine Items Oh jetzt gibt's wieder What the fuck war das jetzt? Frag nicht Yeehaa Falt in Richtung Ja grad gedreht Wie er noch extra umdreht Wir müssen ja da hinten hin Hier sterben wir zu 90% jetzt irgendwie Weil da so Level 15er sind Und ja Ja Einer muss reinrushen das Ding holen Boah das war knapp Ja Wo war das hier links gell? Irgendwo Aber hinter dem Ding Aber hinter dem Ding Wir müssen Es gibt's schief alter Das war irgendwie Ja Ne Warte wo war das? Ähm Wir sind schon vorbeigefahren Schon fail Wir beide Wir beide dasselbe machen wollt Wo war das? Und umeinander im Kreis fahrt Kommen wir mal hier runter Da kam irgendwie Platz Ah bremsen Ja man Guck mal hier Spyder Auto Wo war das? Ah hier Irgendwo Glaub ich Ignorieren wir jetzt einfach mal Ah hier Irgendwo Glaub ich Ah ich hab's gefunden Das ist in der Mülltonne da In dem Ding am liegen Ok jetzt wird's echt schnell gehen Rein raus Das ist wahrscheinlich wieder so ein Epic Schild Rein raus Rein raus Leute Hey Gib mal das Schild dir also Oh pssst Ich rette euch Das hast du nicht merkt Lauf Hier Ich spring zu deinem Auto Wiii Alter muss hingeflogen Ich hab's nur noch wechseln gesehen Ich hab's alter Alter einsteig Alter einsteig Oh Gott schnell weg Das war verdammt Alter komm wo ich stehe Nein du Penner hast du's gesehen Wow Komm Komm alter fahr' Alter ich hab noch 65 HP Das platzt gleich Das Auto platzt Das ist dein Problem Nein du hast doch geschafft Da kommen die ganzen Racks hinter dir Wenn die sich trefft, stoppst, nitrozieren. Seh die im Himmel. Oh mein Gott. Sie verfolgen dich, bis du stirbst. Ich weiß. Was war das gerade? Man hört auch keine Sounds dadurch, dass man irgendwo lang ratscht. Man sieht einfach nur so das Bild, wie sich das Auto in der Luft dreht. Jetzt kann ich mal das neue EPIC-Schild, was ich bekommen habe, ansehen. Ich hab erst mal das Auto geparkt. Das ist irgendwie gar nicht mal so gut, das Schild. Jo, ich weiß, meins besser. WTF? Da sind die Vögel echt noch hinterhergekommen. Ich sag's doch. Nee, aber ohne Spaß, Rico. Dein Schild hat mehr. Das hier hat nur ne schnellere Ladekapazität. Und ich hab nur 111. Mo und Marley haben wir auch. Machen wir erst mal Arena-Coh, oder? Ich hab ihn mir nicht. Ich will jetzt trotzdem mal zu dritt probieren. Warte, erstmal will ich mal kurz gucken, wo ich... Oh, ein Rocket Launcher. Boah, ich brauch Kohle. Guck mal, ob ich die Kohle zusammenkriege. Zählt es einen Feind töten, auch wenn ihr einen Feind tötet? Hä? Soll ich die Kohle geben, Flo? Nee, hab schon. So Talente, die... So Talente, die proggen, wenn man einen Feind tötet. Nee, nee, also du musst schon selber einen töten. Na, das ist blöd. Dann mach ich erst mal generell Schaden. Ausverkauf. Warum steht da jetzt Ausverkauf? Hm. Du musst auch mal noch ein Zeug verkaufen. Nee, ohne Spaß. Das hat nur eine gute Nachteilegeschwindigkeit, das Schild. Das ist nicht so gut für dich. Was wollte ich denn jetzt machen? Ah ja, genau. Ähm. Ich hab's vergessen. Aber mit dem Schild, doch gar keine Sorgen mehr. Ey, ich wollte gucken, wo man umscalen kann. Das war da halt. Nee, oder? Nee, die nicht verkaufen. Was? Ich kauf mir eine Pistole... Oh, nee, die ist jetzt ausverkauft. Ich kauf mir eine Pistole und verkauf sie dann aus Versehen wieder. Das ist bitter. Kann man umscalen? Und dann ist er ausverkauft, oder wie? Ja. Alter. Heilig. Seht hier irgendwo NPC der vorher noch nicht da, oder? Nein. Stehen auch sonst noch nie mit NPCs. Ich will umscalen. Das ist ein gutes Schild. Mach dich aggressiv. Ich kann das bei dem... Alter. Das ist nur scheiße. Ich wollte ja jetzt fix googeln, aber das kann ich nicht, weil wenn ich jetzt irgendwie auf den Desktop gehe, dann... lag das bei euch wie Sau. Weil ich ja loblut bin. Loblut. Roboter. Roboter. Roboter, aber die kann ja auch ohne Google. Wir brauchen schon googeln. Ich finde den NPC ja nicht zum umskillen. Wir brauchen schon umskillen. Ich. Muss irgendwie noch mehr machen. Tank ist sowas von homo. Sexuell. Ja, wenn ich jetzt googeln würde, wäre das leicht unpasst, weil du weißt von wegen... Ne, was? ...Rote Zahl oben links. Oh, ich hab irgendwie die Autos leuchten lassen. Die sind so cool. Cool. Guck mal, die Schieße stehen. Jo, geh mal zur Arena-Quest. Das heißt, es gibt ja eine Person, die eigentlich googeln müsste. Was ist? Geht mal ein rosa Auto raus. Das ist ein Auto wieder umgedreht. Das war Skill. Größert für sich müssen. Hab ich ein eigenes, neues. Hab der jetzt. Das ist eh viel besser für mir. Wir haben dein rosa-roter Power-Mobil. Naja, das bin ich der Black Ranger. Mann! Mach mal rückwärts lang, vorwärts lang, kannst du mal fahren. Ne. Und das? Jo. Dann. Guck dir das mal an, wie du in dem Auto sitzt, wie die Arme rausquillen. Guck dir das mal an. Wie ist das? Bei mir vor allem, guck mal bei mir, wie viel Platz ich habe im Vergleich. Ja, du bist doch so zierlich, die Lilith. Sag mal, LaRussia Arena quescht. Ich weiß gar nicht, wo das ist alles. Ich habe überhaupt keinen Plan von dem Spiel. Ich werde einfach nur durchgezogen. Ja, ne, du machst ja schon irgendwie sowas. Ich stehe hinten, mache ein bisschen Schaden, tue ihn und wieder retzeln. Das kommt noch. Es wird jetzt in dem zweiten Durchlauf kommt. Das dauert sowieso relativ lange, wenn man hier normal durchgezogen. Bis man durch ist. Boom. Naja, gut, du darfst nicht vergessen, ne? Wir jetzt ließen so. Ja, nö. Und hier müssen wir raus. Korrekt. Okay. Und da rennen. Und da passiert jetzt was? Eine Arena quescht. Ach, die Arena da. Alter, hältst du den Rocket Launcher echt mit einer Hand. Da erinnere ich mich. Ja, du bist so ein fetter Mongo, der kann das. Ne, Junge. Warte, ich muss kurz Munition haben. Jo, nimm an und dann... Aber nix. Wenn du deinen komischen... Pornomage schimmst, bist du nicht nur ein fetter Mongo, dann bist du auch noch ein verrückter Mongo. Jetzt gibt's ein geiles Schild. Und Spaß, ich kauf mir lieber das Schild hier. Jo, das ist besser. Das andere war irgendwie... Hat zwar ne gute Aufladekapazität gehabt, ich mein Geschwindigkeit, aber mehr nicht. Gucken, ob wir das schaffen. Oder ob wir richtig auf die Fresse gehen. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, das ist der Typie. Mit dem müssen wir labern. Haben wir schon angenommen. Müssen wir nur rein. In den Todeskreis. Rein. Runde 1. Wir müssen alle rein. Ich muss meine Säge auspacken. Ne, lass die lieber drin. Die Monster zersägen. Rigo, komm mal rein. Ich glaub, das ist besser, wenn wir das einfach nicht machen. Wahrscheinlich geht die Quest gleich los. Ne, der muss auch rein. Seid ihr bereit für den Todeskreis? Wir können weitermachen. Ich glaub, wir sind bereit, ja. Ich glaub, der muss da einfach sein. Der muss jetzt raus. Ich kann dich verstehen. Ich hab das Gefühl manchmal auch. Ja, das ist schon verständlich. Es gibt so manchmal die Gefühle, wo man sich denkt, hm. Das muss sein. Er musste jetzt einfach, ja. Und gehen die eigentlich auf mich los? Ja, die sollen mich nicht verfolgen. Ja, ne. Du holst immer die Agro von dem Fetten hier. Piss dich. Das ist dein Problem. Der Mongo springt die ganze Zeit über mich. Ah, jetzt habt ihr sie. Den Spucker hau ich jetzt auf. Oh, Alter. Schon mit dem Alpha Scar. Du hast zum letzten Mal gespuckt. Ich schieb im Kreis den. Warum leuchtet der so? Ist das, weil ich den so schnell schleim oder was? Weine Meinung. Ich ihn gar nicht mal treffe. Ich schieße ständig daneben. So ein bisschen Prox wieder. Also, hab ich. Der dick ist ne grünes Schaden. Ja, er dreht schon in meine Richtung. Ich mach dem nur 17 Schaden. Ich mach dem nur 17 Schaden. Hatten wir nicht damals schon die Heal-Granaten unserst gemacht haben? Nee. Möcht ihr dem auch so wenig Schaden? Ja. Wow. Ey, hab mich umgebracht. Der hat gestern. Ja, wenn einer stirbt, ist direkt vorbei. Seid doch so schlecht, Leute. Ich hab versucht dich zu retten. Heb einen. Heb zuerst mich auf. Ich bin lower. Ich hab gerade den. Ja, komm. Schneller. Schneller. Boah. Wohli. Dann halt mir die Dinger vom Hals. Wenn die mich einmal so... Versuch's. Interess mich. Das wird verdammt knapp. Ich tue mich hinter dir. Nein! Du blockst die ganzen Schläge. Das ist richtig geil. Das war knapp. Das war... Oh, Alter. Wie schnell der rennt. Ich hab Level abbekommen. Ich hab wieder voll HP. Ja. Glückwunsch. Minus D. D. Je nachdem. Ja. Minus D. D. Da liegt ja noch was. Macht ihr dem auch so verdammt wenig Schaden? Du musst den entweder von hinten treffen oder ins Gesicht. In den Mund. In den Mund. Stellt sich einfach nur daneben. Wenn das schon droppt, dann schon. Jetzt gibt's aufs Maul. Ich glaub, ich will das noch 1000 Mike Spremer, wenn du dein Ding saß. So. So. So.